So hallo Leute und zwar geht es heute um die Pfadfinder-Quest der Orden der Kohlquappe und zwar um die Tapferkeit. Bekämpfe das ungeziefernd Dolly Sots und dadurch dass das nicht richtig erklärt wird finde ich bei der Quest mache ich da ein Video drüber. Am Anfang man redet mit dem Roboter er sagt dann genau er sagt dann dass die Insektenproben suchen sollst und oft öffnet Man sieht aber keine Quest nicht aber die Quest ist genau hier also man muss nur man kann es so auch aktivieren Daten tägliches bei tägliches und wiederholbar Krabbelfiecherjagd das ist die Quest wenn man die macht dann bekommt man die Tapferkeit und jetzt sieht man die ganzen Ziele also da Blutkäfer Rüstl, Kakerlakenfleisch, Stechflügler, Stachel, Secken, Blutsack also das und Blähfligendrüse also die fünf Sachen muss man besorgen das bringt man dann den Roboter und die Quest ist fertig also die die Tapferkeit Medaille bekommen von den Pfadfinder. Das wollte ich euch kurz sagen und falls euch das Video gefallen hat überhaupt mir natürlich über ein Like gefallen, über ein Abo gefallen und wir sehen sich im nächsten Video. Tschau tschau!